Moin zusammen, in diesem Video reden wir über den Echo Dot und ob es sich lohnt, ihn mit Uhr zu kaufen. Besonders jetzt beim Amazon Prime Day, aber auch später beim Black Friday. Ich finde die eingebaute Uhr, die man optional in den Amazon Echo Dot Geräten haben kann, kann sehr praktisch sein. Denn so braucht man nicht noch eine extra Uhr und muss auch nicht immer auf sein iPhone oder die Apple Watch gucken, wenn man in Sichtweite des Echos ist. Doch aktuell beim Amazon Prime Day 2023 gibt es den Echo Dot der fünften Generation für 22 Euro und der mit Uhr würde 32 Euro kosten. Das sind zwar nur 10 Euro, aber 45% Preisunterschied. Bei den Normalpreisen von 65 und 75 Euro finde ich den Preisunterschied von 10 Euro gerechtfertigt. Doch bei den runtergesetzten Preisen hätte man den Preisunterschied von 10 Euro auf 5 oder 6 Euro reduzieren können. Trotzdem finde ich, dass man den Echo Dot mit Uhr nehmen sollte. Denn auch wenn der Preisunterschied von 45% nur für die Anzeige der Uhrzeit sehr teuer ist, ist der Preis von 32 Euro immer noch sehr günstig. Und die Anzeige der Uhrzeit ist wirklich praktisch. Darum hätte ich diese optionale Funktion gerne in mehr Echo Geräten und nicht nur im Echo Dot. Gruß von Oma und abonnieren nicht vergessen.